Vielen Dank auch an dich, Kathi. Vielen Dank an die Trommler, selbstverständlich. Vielen Dank an euch alle, wie ihr trotz dieser Witterung, aber angesichts der Tatsachen, die uns umgeben, heute hier wieder hergefunden habt, nach Wolgast, an Kai. Fischmarkt machen wir, glaube ich, nicht. Wir gucken mal, wie wir es anders hinkriegen. Das ist gut. Wir wollen die Sache jetzt auch aufgrund der Witterung nicht lange in die Länge ziehen und strecken. Was ich unbedingt noch sagen wollte, wir werden jetzt hier dem Uwe die projektbezogenen Zuwendungen überreichen und sollten da tatsächlich 505 Euro drin sein oder 305 oder wie viel müssen zusammenkommen, keine Ahnung. Vielleicht geht das gesamte Geld dann an die Denkmalstiftung und zum Erhalt und Bewahren der Dinge, die hier sind, die gut sind, die schön sind, die erhaltenswürdig sind. Ich denke auch in unserem Sinne. Ich danke euch alle, dass ihr hier wart. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in 14 Tagen hier in Wolgast irgendwo wiedersehen, egal wo der Kai dann ist. Passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid, kommt gut nach Hause und am Dienstag in zwei Wochen wieder unbedingt hierher, nach Wolgast, an Kai. Dankeschön. Kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.